Ich fange mal mit einer Frage an zum Nachdenken. Und zwar folgende Frage. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen einen neuen Nachbarn und jetzt kommt die Frage, würden Sie lieber neben einem Dieb wohnen oder einem Tierschänder? Also Sie haben nur diese beiden Möglichkeiten. Und natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint, aber folgt man dem deutschen Strafrecht, sollte man eigentlich den Tierschänder wählen. Diebstahl ist eine Straftat in Deutschland, wird sogar teilweise mit Gefängnis bestraft. Aber Sex mit Tieren, überraschend, ist nur eine Ordnungswidrigkeit. Wird also als nicht so schlimm angesehen vom Gesetzesgeber. Und trotzdem denken wir normalerweise andersrum. Wir sagen, ich möchte nicht neben jemandem wohnen, der eine abartige Neigung hat. Und solche Worte wie abartig oder wie wir gerade schon gehört haben, widerlich, eklig, unnatürlich, abscheulich, das sind Worte, die schon darauf hindeuten, dass hier eine Emotion im Spiel ist, wie wir gerade schon gehört haben, ekel. Und deshalb möchte ich jetzt ein bisschen darüber reden, was ist eigentlich Ekel für eine Emotion und vor allen Dingen, was hat Ekel mit Moral und mit Politik und vielleicht auch mit unserem Alltagsleben zu tun. Und bevor ich das jetzt über Ekel sage, es geht gleich noch ans Eingemachte, sage ich so ein bisschen was kurz dazu, wo eigentlich der Zusammenhang besteht zwischen Emotionen und Moral. Wenn man Menschen Fragen stellt wie diese Frage mit dem Ekel, dann antworten die typischerweise sofort darauf, innerhalb von einer Sekunde. Also Menschen brauchen ungefähr teilweise nur 200 Millisekunden, eine Fünftel Sekunde, um sofort zu sagen, ich möchte neben dem Dieb wohnen. Und auch bei vielen anderen Fragen ist das der Fall. Also das ist ungefähr so lang wie so ein Doppelklick auf dem Touchpad. Unglaublich schnell. Und das heißt, sie können nicht lange darüber nachgedacht haben, sie können nicht abgewogen haben, sondern man hat so ein Bauchgefühl und das Bauchgefühl sagt einem sofort, ah, das ist richtig, das ist falsch und das ist ein Mensch, den finde ich in Ordnung oder den finde ich schlimm und den finde ich weniger schlimm. Und Philosoph haben sich das ja immer ein bisschen anders vorgestellt, allen voran Kant. Kant hat gesagt, wenn wir handeln und urteilen, also moralisch handeln und urteilen, dann sollen wir das immer aus Pflicht tun. Und das heißt bei ihm aus der Vernunft heraus. Wir sollen unser Handeln immer aus allgemeinen Prinzipien ableiten und leiten und im Grunde so leben, als hätten wir immer die Menschenrechte im Kopf und jede einzelne Handlung muss irgendwie zu den Menschenrechten und zu einem allgemeinen Moralprinzip passen. Und selbst Kant wusste aber, im Alltag machen wir das natürlich nicht. Das funktioniert gar nicht. Er hat gesagt, aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz gerades gezimmert werden. Also wir sind aus krummem Holz gemacht. Wir handeln oft aus Neigung, wie Kant sagt, oder heute würde man sagen, aus Emotionen. Und diese Intuition, also diese Vorstellung, vielleicht ist unser Handeln sehr stark von so Emotionen, Emotionsneigung bestimmt, dem diesen Impetus gehen Moralpsychologen seit ungefähr 20 Jahren nach und untersuchen, was passiert denn jetzt wirklich in unserem Kopf, in unserem Geist, wenn wir moralisch fühlen, denken und handeln. Und da haben sich halt Emotionen als besonders einschlägig erwiesen. Man kann Emotionen sich vorstellen als so eine Art Warnsystem des Körpers. Also viele Tiere haben Emotionen, wir haben die teilweise geerbt von unseren Vorfahren. Und diese Emotionen helfen uns eigentlich erstmal in der Umgebung uns zurechtzufinden. Ein schönes Beispiel ist Angst. Wenn Menschen Angst haben, wir wollen zwar keine Angst haben, aber Angst ist eigentlich ein Mechanismus, der uns vor Gefahren warnt. Die Angst sagt nicht zu mir, da ist eine Gefahr, aber sie teilt mir sozusagen durch meinen Körper. Und die Anspannung, in der ich bin mit, da ist eine Gefahr, passt mal lieber auf. Also wir haben Angst vor Schlangen und Spinnen, vor Abgründen, vor dunklen Räumen. Das sind alles potenzielle Gefahren für unser Leib und Leben. Und die Angst, die wir verspüren, die warnt uns sozusagen. Es ist wie so eine Körperwarnung, wie so ein Alarmsystem des Körpers. Und das ist ein Interessantes, wenn man sich das jetzt einmal klar macht. Evolutionsbiologen sagen, ja, unsere Emotionen sind so eine Art Warn- und Schutzsystem unseres Körpers. Dann sieht man auch sofort, da gibt es eine ganz enge Parallele zur Moral. Weil wie die Angst mir sagt, zum Beispiel, pass auf die Kinder auf, wir haben ja auch Angst um unsere Kinder, nicht nur um uns selbst, sagt ja auch die Moral. Du sollst auf deine Kinder aufpassen, du sollst dich um die Kinder sorgen, du sollst sie schützen. Und genauso wie die Emotionen mir helfen, auch in der Gruppe zu navigieren, weil andere meine Emotionen ablesen können, hilft mir auch die Moral, mich in der Gruppe zu orientieren und sozusagen nach den Normen der Gruppe zu leben. Also es gibt einen engen, super engen Zusammenhang und das kann man sich sehr gut klar machen bei einer Emotion, die wir alle kennen. Das ist Empörung. Wir sind noch nicht bei Ekel, aber wir sind gleich da. Und Empörung ist Wut, moralische Wut. Wenn wir etwas sehen, wenn ein moralisches Prinzip verletzt wird, dann werden wir sofort moralisch wütend, dann empören wir uns. Also wenn ich sehe, da draußen auf der Straße wird jetzt gerade eine alte Dame überfallen, zwei Männer wollen ihr die Handtasche wegreißen, dann muss ich nicht lange nachdenken, um mir zu überlegen, ist das jetzt richtig oder falsch, von welchen allgemeinen Prinzipien kann ich das ableiten, sondern ich habe sofort dieses Empörungsgefühl, sofort diese moralische Wut. Also die Wut sagt, da ist ein moralisches Prinzip verletzt. Empörung sagt mir, da ist ein moralisches Prinzip verletzt. Das kann sein, die Freiheit wurde verletzt, jemand hat einen Schaden bekommen, jemand ist diskriminiert worden, unfair behandelt worden, bestohlen worden und so weiter. Das können alle möglichen Normverletzungen sein, aber immer, wenn ich das wahrnehme, wenn ich davon höre, werde ich wütend, werde ich empört. Und Empörung ist auch ein kommunikatives Signal. Wenn ich mich empöre, sehen das andere, ich teile anderen auch damit mit. Da ist ein Wert, da ist etwas, was mir am Herzen liegt und dieser Wert ist verletzt worden. Also es ist klar, es gibt eine enge Verbindung zwischen Emotionen und Moral. Bei Empörung ist uns das allen klar. Und jetzt kommt der Clou, auch Ekel hat so eine moralische Dimension. Und das ist sehr spannend. Und um sich das klar zu machen, muss man sich vielleicht zuerst mal fragen, was ist Ekel überhaupt für eine Emotion? Und was ist die Grundfunktion von Ekel? Um sich dann zu verdeutlichen, wann ist Ekel moralisch und politisch relevant? Die Evolutionsbiologen sagen, Ekel ist auch ein Warnmechanismus, so ähnlich wie eine Angst, warnt uns auch vor Gefahren. Aber der ist etwas spezifischer. Ekel sagt uns, da ist eine Infektionsquelle. Und wiederum sagt der Ekel uns das nicht wörtlich. Menschen ekeln sich auch, wenn sie nichts über Infektionen wissen. Aber sozusagen die Funktion, die biologische Funktion von Ekel ist auch eine Schutzfunktion. Und das kann man sich sehr gut klar machen, wenn man sich mal verdeutlicht, wovor ekeln wir uns eigentlich? Jetzt wird es ein bisschen haarig. Wir verekeln uns vor verdorbenem Essen. Wir ekeln uns vor Kadavern. Wir ekeln uns vor Tieren. Vor allen Dingen vor dem Geruch von Tieren. Wir ekeln uns von allem, was von Fremden kommt. Also Menschen, mit denen wir nicht in sehr enger Beziehung sind. Und zwar alles, was von deren Körper kommt. Blut, Haare, Haut, alle Körperflüssigkeiten, Rotz, Blut, Eiter. Egal, was sie durchgehen, könnte man die ganze Liste durchgehen. Alles, was vom Körper, Gerüche auch vom Körper von anderen kommt, davor ekeln wir uns. Und wir ekeln uns auch vor sichtbaren Krankheiten, wenn Leute sehr, sehr starke, sichtbare Krankheiten haben. Was haben diese Dinge gemeinsam? Sie können alle Keime enthalten. Parasiten, Bakterien, Viren, Kleingetier. Die Psychologen sagen jetzt, naja, Ekel ist so eine Art emotionales Immunsystem. Das reguläre Immunsystem, das arbeitet, wenn die Keime im Körper sind. Und wenn ich mich anstecke, Viren, Bakterien in meinen Körper geraten, dann legt mein biologisches Immunsystem los. Aber Ekel ist sozusagen der Mechanismus, der da vorgeschaltet ist, das emotionale Immunsystem. Ekel ist der Mechanismus, der sagt, komm gar nicht in die Nähe von diesen Dingen, die infektiös sind. Und Meide, Tiere, verdorbenes Essen, Tote, Menschen, die Krankheiten haben, alles, was von den anderen Menschen kommt. Und wer sozusagen sich schnell ekelt, der ist auch mit weniger Keimeninfektionen, kommt er in Berührung. Also Ekel ist so eine Art Schutzsystem, emotionales Immunsystem des Körpers. Und das Interessante ist, wenn man jetzt Ekel untersucht, zeigt sich, Ekel ist eine sehr junge Emotion in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Ekel verspüren nur Menschen, ist eine sehr menschliche Emotion. Tiere ekeln sich nicht, es gibt nur ganz schwache Vorformen bei Ratten und bei Affen. Und Ekel schwankt auch sehr stark zwischen den Menschen. Es gibt manche Menschen, die ekeln sich sehr, sehr schnell, bei Speisen zum Beispiel, vor Käse oder Fleisch. Und manche Menschen finden das unglaublich köstig und die ekeln sich ganz selten. Also es gibt da sehr, sehr starke Unterschiede bei anderen Emotionen, wie zum Beispiel Angst, ist das nicht so. Alle Menschen haben Angst vor Schlangen und Spinnen. Und Ekel hängt auch sehr stark davon ab, in welcher Umgebung man aufgewachsen ist. In den Regionen der Welt, wo es sehr viele Keime gibt, vor allen Dingen sehr viele Parasiten und Bakterien, ekeln sich die Menschen schneller und nachhaltiger. Sie sind weniger offen und sie sind auch oft kollektivistischer und haben Mechanismen gefunden, mit wenig Kontakt zu haben. Zum Beispiel mit anderen Menschen oder auch mit bestimmten Speisen, was man vielleicht auch als eine Art Infektionsschutz, kulturellen Infektionsschutz deuten kann. Also Ekel hat erstmal diese Funktion, sie schützt uns vor Keimen, vor Infektionen. Aber, das hatten wir ja schon gerade gehört in der Einleitung, Ekel ist auch eine moralische Emotion. Und das finde ich extrem spannend, die Forschung dazu, das wird seit ungefähr 20 Jahren untersucht. Man testet erstmal, wie ist die Ekeldisposition von Menschen und schaut dann, wie antworten Versuchspersonen auf moralische Fragen, wie sie zu Migration stehen und zu Abtreibung und zu Gott und zu Gerechtigkeit und Steuern und Umverteilung und so weiter. Also zu allen möglichen moralischen Fragen. Wie macht man das? Na, erstmal ermittelt man, wie stark ekeln sich Menschen. Und das geht zum Beispiel mit ganz unterhaltsamen Fragen. Man fragt die Leute zum Beispiel, stell dir vor, du gehst in so einen Bus, setzt dich auf einen Sitz und die Person, die da vorher gesessen hat, durch die ist der Sitz noch warm. Du setzt dich auf so einen warmen Sitz. Findest du das so ein bisschen komisch, hast du so ein leichtes Unbehagen oder ist dir das eigentlich ziemlich egal? Oder stell dir vor, du bekommst eine Blutspende im Krankenhaus mit deinem Blut. Das ist kompatibel mit deiner Blutgruppe, aber das Blut kommt von einem pädophilen Straftäter. Findest du das schlimm oder nicht? Oder wie viel Geld müsste ich dir zahlen, damit du dir diese Blutspende geben lässt? 100 Euro, 1000 Euro. Oder sagst du, für kein Geld der Welt würde ich mir jemals von einem pädophilen Straftäter Blut spenden lassen? Oder auch noch ein schönes Beispiel. Man stellt so einen Orangensaft hin, nimmt eine sterilisierte tote Kakerlake, tunkt die da einmal rein und sagt, pass mal auf, ich habe die jetzt hier einmal reingetunkt. Wie viel Geld muss ich dir geben, damit du da von diesem Orangensaft trinkst? Ich kann dir sicherstellen, es ist vollkommen sterilisiert, vollkommen ungefährlich. Aber es ist trotzdem so ein bisschen nicht so schön, das zu sehen, dass die Kakerlake da eingetrunkt war. So, und dann ermittelt man das. Man kann Leuten auch Bilder zeigen von ekligen Dingen. Man kann das auch physiologisch und neurologisch testen. Also Leute haben starke Hirntätigkeit, wenn sie sich ekeln in der Inselrinne. Das ist ein Bereich des Hirns, der für die Ekelverarbeitung zuständig ist. Man kann das an der Hautleitfähigkeit messen. Und wenn man das dann so ermittelt hat mit diesen verschiedenen Methoden, dann stellt man den Leuten auch Fragen zu Moral. Und das ist in über 60 Ländern inzwischen durchgeführt worden, an mehr als 20.000 Versuchspersonen. Es gibt inzwischen Dutzende, ich würde sagen wahrscheinlich über 100 Versuche schon zu dem Thema. Und da zeigt sich, dass weltweit Menschen, die sich schnell und nachhaltig ekeln, vor allen Dingen vor anderen Menschen, interpersonal disgust wird das manchmal genannt, dass die oft konservative und traditionalistische Haltung haben, wenn es um Einwanderung, Sexualität, Leben und Tod und Essen geht. Also sie sind konservativer und strenger in ihren Urteilen. Und sie haben sozusagen so eine Art moralisches Thema, das man nennen könnte Reinheit, Heiligkeit, Natürlichkeit. Sie würden zum Beispiel eher sagen, dass Abtreibung etwas ist, was man nicht machen sollte. Sie sind negativer gegenüber Homosexualität eingestellt, finden das unnatürlich, sind zum Beispiel auch gegen Embryonalforschung, sind auch eher etwas fremdenfeindlicher als die Vergleichsgruppe. Und das konnte man gut nachweisen. Also dieses Thema Reinheit, Heiligkeit, Natürlichkeit hat etwas mit den Ekeldispositionen zu tun. Und das Interessante ist jetzt, dass wir das auch aus Religionen kennen. Auch in Religionen wird oft über das Reine und Natürliche gesprochen und gilt auch als besonders schützenswert. Also denken wir an die Jungfrau Maria, die eine unbefleckte Empfängnis hatte. Sie hat sozusagen ein Kind bekommen, ohne Sex zu haben. Besondere Strenge, was Sexualität betrifft. Es gibt Essensregeln in sehr vielen Religionen. Gläubige Juden essen koscher. Da gibt es bestimmte Reinheitsgebote, was das Essen betrifft. Es gibt viele Religionen, die heilige Orte haben. Die dürfen nur bestimmte Priesterinnen und Priester betreten. Die werden auch gereinigt und zum Beispiel ausgeräuchert. Vor dem muslimischen Gebet muss man sich die Hände, die Füße und das Gesicht waschen. Auch das ist sozusagen eine Reinheitsregel. Und natürlich gibt es historische Gründe, warum sich solche Regeln etabliert haben. Aber sagen die Anthropologen und Evolutionsbiologen, es könnte auch ein archaischer Infektionsschutz sein, der uns ganz instinktiv in der Religion, in einer Zeit, wo man vielleicht noch nicht so gute Hygieneregeln hatte wie heute, der uns ganz instinktiv vor Viren, Bakterien und Parasiten schützt. Also wer ganz streng sich an Speiseregeln hält, wer eine ganz strenge Sexualmoral hat, wer auch fremde Menschen meidet, sich wäscht und reinigt oft, ist automatisch weniger Keimen ausgeliefert und steckt sich weniger an. Also es könnte sein, dass es ein Schutzmechanismus ist. Und dieser Schutzmechanismus hat in Vorzeiten natürlich eine wichtige Funktion gehabt, nämlich uns vor Keimen und Infektionen geschützt. Aber, und das ist, glaube ich, die wichtige Einsicht, in der heutigen Moderne, wo wir gute Gesundheitsversorgung haben und Hygieneregeln und so weiter, schießt dieser Ekelmechanismus, dieser Schutzmechanismus oft über das Ziel hinaus. Und genauso wie die Empörung, die ich vorhin erwähnt habe, sagt, das ist moralisch falsch, ich empöre mich über etwas, was ich sehe, sagt moralischer Ekel, Abscheu könnte man sagen, so etwas wie, das ist moralisch unrein. Und dann gibt es natürlich auch extreme Formen davon, also extreme Formen, wo diese Ekelneigung übersteigert ist und wo es jetzt nicht nur um Reinheit geht, sondern schon um Abscheu. Wir finden das im religiösen Extremismus, aber auch vor allen Dingen im Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus und auch in dem, was man manchmal gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nennt. Also da werden Fremde dann plötzlich als minderwertig, eklig und minderwertig gesehen. Das sind Leute, die sagen, dass Homosexualität widerlich oder unnatürlich ist. Sie haben etwas gegen unklare Geschlechterrollen, also was alles, was fluide und unklar ist, wird als unnatürlich gesehen. Das ist die Rede vom linksgrün versifften Gedankengut. In dem Wort Siff steckt Syphilis, auch eine Krankheit. Und deshalb, wir haben es gerade eingangs schon gehört, kann man sagen, viele Wutbürger, vor allem die rechtsextremen Wutbürger, sind eigentlich Ekelbürger. Sie sind auch wütend, aber eine starke Emotion, die sie antreibt, ohne dass sie es vielleicht selber merken, ist Ekel. Aber man kann auch umgekehrt sagen, der Fortschritt, den wir erlebt haben, die progressive Revolution der letzten 70 Jahre, die ganze Welt ist offener, liberaler, freier geworden. Wir sind toleranter geworden in vielerlei Hinsicht. Das ist auch eine Bewegung, die Ekel und Reinheitsgedanken immer weiter weggedrängt hat. Man kann das sehr gut sehen an den sogenannten opferlosen Straftaten. Also Homosexualität war 1950 fast weltweit in jedem Land noch eine Straftat. Heute ist es nur noch in ganz wenigen Ländern eine Straftat und in sehr vielen Ländern ist die homosexuelle Partnerschaft der heterosexuellen Ehe fast oder ganz gleichgestellt. Und auch das war ursprünglich mal etwas, wo die Leute gesagt haben, das ist unnatürlich, das ist widerlich, das ist mir nicht geheuer, wenn sich da Männer oder Frauen öffentlich küssen. Und heute haben wir durch unsere Erziehung gelernt, dass das eigentlich gar nichts Schlimmes ist und wir sehen das überhaupt nicht mehr als moralisch problematisch an. Also wir haben diese Reinheits- und Ekelgedanken irgendwie abgelegt. Das Interessante ist, es ist jetzt nicht nur sozusagen traditionalistisches, konservatives Denken, hat etwas mit Ekel zu tun, sondern man kann auch viele aktuelle Phänomene, die wir diskutieren, auch erklären und besser verstehen, wenn man sich diese Ekelneigung anschaut. Ein Beispiel ist der Rechtsruck, den wir alle beobachtet haben. Ich habe ja gerade gesagt, die Welt ist progressiver, offener, liberaler geworden in den letzten 50 bis 70 Jahren. Aber was wir beobachten, ist so eine Art Gegenbewegung, Backlash wird das manchmal genannt. Vor allen Dingen im Westen sind überall rechtspopulistische Parteien erfolgreich geworden. Ich würde auch dem Brexit und Trumps Wahlerfolg, würde ich auch beides hinzuzählen. Und da wurde oft dann gesagt, ja, das hat was mit ökonomischen Verwerfungen zu tun, mit materieller Unsicherheit. Das ist, sagen wir mal, eher eine Reaktion auf ökonomische Ängste. Aber auch da zeigt die Forschung, das stimmt eigentlich nicht. Die Wähler der AfD zum Beispiel kommen aus allen Einkommensschichten. Das ist gar nicht unbedingt primär ein sozioökonomisches Phänomen, sondern es ist eher eine Art Unbehagen, Abscheu gegen das Fremde, gegen die Globalisierung. Die Globalisierung bringt nicht nur fremde Menschen, sondern auch fremde Sitten, fremde Bräuche, neue kulturelle Ideen, neue Sprachen mit sich. Und Menschen, die eine starke Ekelneigung haben, möchten nicht so gern mit dem Neuen konfrontiert werden und lehnen das auch eher ab. Oder noch extremer, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wird von sozialen Psychologen oft untersucht. Und auch da kann man zeigen, dass vor allen Dingen sozusagen am rechten Rand gar nicht Migration das einzige Thema ist, wo Rechte besonders stark darauf anspringen, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, sondern es ist eigentlich viel weiter gefasst. Im rechten Rand, die Leute, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit haben, die richten sich eigentlich gegen alle Randgruppen und machen da oft auch gar keinen großen Unterschied. Einfach nur, um mal zwei Beispiele zu nennen. Bolsonaro in Brasilien hat auch gehetzt, aber gegen Arme, gegen die einheimischen Schwarzen hat er gehetzt, gegen Homosexuelle und gegen Kriminelle, hat die als minderwertig, als eklig dargestellt. Ihm ging es gar nicht so sehr um Migration. Duterte auf den Philippinen hat sich sehr hart geäußert gegenüber Drogensüchtigen und Drogenhändlern, hat gesagt, die zerstören unsere Kinder, aber hat das auch verbunden sehr stark mit einer Rhetorik, dass das minderwertige, unwürdige Menschen sind. Also auch da wurde Ekel verwendet und auch die großen Studien zur Menschenfeindlichkeit zeigen, Leute sind menschenfeindlich, sie wehrten dann meistens nicht nur eine Gruppe ab. Es geht nicht nur gegen Migranten, sondern oft auch gegen Transpersonen, gegen Homosexuelle, gegen Sinti und Roma, Juden, Muslime, Arbeitslose, Obdachlose. Also es sind alle, die von der Norm, vom Standard abweichen. Sie werden oft über Ekel dann entmenschlicht, entwürdigt und als minderwertig angesehen. Und deshalb ist Ekel auch eine Strategie, die man im rechten Populismus vor allen Dingen sehr stark findet. Wir haben das im Wahlkampf gehört. Trump hat seine Gegner versucht zu diffamieren mit einem Vokabular, das er gesagt hat, der ist wie ein Schwein oder Hillary Clinton geht ständig auf die Toilette. Er hat versucht, da auf tabuisierte Bereiche anzuspielen. Die Rede vom Verwesungsgeruch der Demokratie gab es bei AfD-Politikern. Tiervergleiche wurden sehr stark gezogen über dem Gegner und es ist immer der gleiche Mechanismus. Man versucht durch Ekel, Tabu Bereiche den Gegner abzuwerten. Und da vielleicht noch zu einem Extremfall. Man kann auch zeigen, dass Gewalt mit Ekel zusammenhängt. Menschen haben zum Glück erstmal eine Tötungshemmung. Es fällt Menschen erstmal sehr schwer, andere Menschen Leid anzutun und sie zu töten. Aber wir wissen auch, in Kriegssituationen oder in Konflikten werden Menschen dazu animiert, Gewalt anzuwenden. Und da gibt es sehr viele Faktoren aus der Gewaltforschung. Aber ein wichtiger Faktor ist, dass sobald man seine Gegner entmenschlicht über Ekel und sagt, das sind gar keine ganzen Menschen, das sind vielleicht Tiere oder Untermenschelten, die irgendwie verdorben sind, minderwertig, also in irgendeiner Weise eklig, fällt es Leuten leichter, Gewalt anzuwenden und auch die Gegner zu töten. Russland hat das im Ukraine-Krieg gemacht. Sie haben gesagt, da geht es um Drogen und es geht gegen Nazis. Beide lösen Ekelgefühle aus, normalerweise bei den Leuten. Also man hat versucht, den Gegner als eklig darzustellen. Es gibt Folgeversuche zum Milgram-Experiment, die zeigen, Milgram-Experiment kennen Sie wahrscheinlich, da haben Leute durch Autorität anderen Versuchspersonen, die aber nur mitgespielt haben, mit Stromstößen sozusagen Gewalt angetan. Sie haben diese Person nicht gesehen, aber wenn man ihnen gesagt hat, das ist eine eklige Person, dann waren sie viel eher bereit, schnell und besonders viel Gewalt anzuwenden. Und noch extremer, man weiß auch, dass die Tötungshemmung vor allen Dingen sinkt, aus der Genozidforschung. Das absolute Extrembeispiel ist natürlich der Nationalsozialismus. Die Nationalsozialisten haben Juden als unrein dargestellt, hatten diese Vorstellung von Rassenreinheit, es gab Vergleiche mit Parasiten und Trichinen, es gab ein ganzes Apartheidsregime, bevor der systematische Massenmord begann. Aber auch wieder unter dieser Prämisse, das sind gar keine ganzen Menschen, sondern das sind eigentlich eklige Wesen, keine vollen Menschen. Und Ben Kiernan, der Historiker, hat gezeigt, dass man in allen Genoziden von den frühesten Anfängen, die dokumentiert sind, in Sparta bis hin in die Moderne, Darfur und Ruanda, immer der Gegner als unmenschlich und eklig dargestellt wurde, vor allen Dingen als, wie gesagt, Tiere, Kakerlaken, als etwas, was man vernichten muss. Also Gewalt und Ekel, da gibt es auch einen sehr engen Zusammenhang. Deshalb ist Ekel eine moralische und vor allen Dingen auch eine politische Emotion. Und ich sage noch ein bisschen am Ende was zu noch einem anderen Aspekt von Ekel. Ich habe jetzt ja vor allen Dingen über Menschenfeindlichkeit und rechtes Denken und so, sagen wir mal sehr konservatives bis autoritäres Denken, da spielt Ekel eine große Rolle. Es gibt allerdings, muss man sagen, auch das Phänomen Ekel im progressiven Lager. Es hat dann aber da eine ein bisschen andere Spielart, etwas subtilere Spielart. Da wollte ich nochmal auf zwei andere Aspekte von Ekel eingehen, nämlich einmal den Speiseekel oder die Ekel vor allen Dingen vor dem, was in meinen Körper gerät, Medizin, Impfung, Essen. Das ist ein Thema, was man auch besonders im progressiven Lager, also im linksliberalen Lager findet. Und das zweite ist moralischer Ekel, vor allen Dingen Ideen von moralischer Reinheit. Ich sage mal kurz was zu diesem Speiseekel. Ich habe bisher vor allen Dingen der rechte Ekel, da geht es eher um zwischenmenschlichen Ekel, also Menschen, die sich vor anderen Menschen ekeln, sind eher etwas konservativer und im Extremfall vielleicht sogar menschenfeindlich. Es gibt aber natürlich auch den Ekel vor Speisen, dass man da besonders sensibilisiert ist. Und auch da gibt es interessante Untersuchungen, dass Leute zum Beispiel glauben, dass das, was natürlich ist und rein ist, das Gute ist und dass das, was unnatürlich und unrein ist, das Nicht-Gute ist. Zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, brauner Zucker ist besser als raffinierter, künstlicher Zucker, obwohl die dieselbe chemische Formel haben. Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen Angst haben vor genmanipuliertem Essen, in Deutschland über 80 Prozent, weil sie glauben, dass wenn man Nahrungsmittel genmanipuliert, dass die Veränderung der Nahrungsmittel durch ein Ansteckungsprinzip sozusagen auf uns übergeht. Also wenn ich eine genmanipulierte Apfelsine esse, dann verändert ich damit auch mein eigenes Erbgut. Das ist faktisch falsch. Es ist auch in allen großen Studien gezeigt worden, dass es überhaupt keine Gefahren gibt durch genetisch manipuliertes Essen. Aber diese Vorstellung ist trotzdem in uns drin, weil wir diesen alten Ansteckungsmechanismus haben, den wir kennen und der da sofort angeworfen wird, was dazu führt, dass zum Beispiel in Florida die Apfelsinen, die stark mit Pilzen befallen werden, da gibt es so einen Pilz, gegen den man sich schwer wehren kann, die könnte man verändern mit einem Schweineprotein, aber das machen die Bauern nicht, weil sie Angst haben, die Leute würden dann die Apfelsinen nicht mehr essen oder den Orangensaft nicht mehr trinken, weil sie denken, das hat irgendwas mit Schweinen zu tun, weil das Protein vom Schwein kommt. Das hat aber natürlich keinen Einfluss auf den Geschmack oder auf irgendwas anderes. Bei Impfverweigerungen ist das auch so, hat man immer mal wieder gehört. Die Impfung zum Beispiel jetzt gegen Covid ist ja durch Genmanipulation entstanden, aber sie verändert nichts, auch wenn der Impfstoff künstlich erzeugt war, ändert der Impfstoff selber nichts an meinem Immunsystem oder zumindest nicht an meinen Genen, es verändert mich selber nicht, aber trotzdem haben wir diese Vorstellung, wenn wir da eine Angst haben, vielleicht gibt es da eine Art Ansteckung, Veränderung durch das, was in mich reingerät, so wie ich krank werde von dem schimmeligen Brot, was ich esse. Da ist es am Brot und dann später ist es in mir und nach dem Muster denkt man dann auch über Speiseekel nach. Der letzte Punkt, den ich noch machen wollte, ist so diese Idee der moralischen Reinheit. Es gibt ja diese Vorstellung, dass auch die Moral, dass es eine Art moralische Ansteckung gibt, das kann man ganz gut zeigen, das war dieses Beispiel mit der Bluttransfusion. Also wenn man jemandem sagt, möchtest du eine Bluttransfusion bekommen, aber der Spender ist ein pädophiler Straftäter, dann ist einem ja eigentlich klar, es gibt keine pädophilen Gene oder Blutkörperchen, die mich dann selber pädophil machen oder das Böse oder das Falsche, moralisch Falsche von diesem Täter, geht nicht auf mich über, aber trotzdem ist den Leuten das plötzlich dann mulmig. Also sie sehen so eine physische Nähe und denken, das ist dann auch eine moralische Nähe. Anderer Versuch, da fragt man Leute, sagt denen hier, pass auf, hier hast du ein Pullover. Das ist ein Vintage-Pullover, der ist chemisch gereinigt, aber das ist der Pullover, den Hitler getragen hat. Würdest du den anziehen? Die meisten Menschen wollen den nicht anziehen und finden das genauso schlimm, wie einen Pullover anzuziehen, an dem Hundekot klebt. Also ziemlich drastisch, obwohl sie wissen, dass nichts, kein Molekül mehr von Hitler an dem Pullover klebt, will man trotzdem durch diesen Kontakt, der einmal da war, möchte man diesen Pullover nicht tragen. Und diese Idee der Kontaktmagie, wenn ein Kontakt einmal da ist, bleibt er immer bestehen. Das hat auch etwas mit unserem Ekelmechanismus zu tun. Das kann man bei kleinen Kindern schon zeigen, wenn man einen Ball anfasst und dann so ein Ekelgesicht macht, dann wollen die auch nicht mehr mit dem Ball spielen. Sie wissen natürlich nichts über Infektionen, aber sie haben so eine Art unbewusste, implizite Theorie über Infektionen offenbar, dass es unsichtbare Ansteckungen gibt und dass die durch Berührung stattfinden kann. Also darauf springen kleine Kinder schon an, auch wenn sie niemals gar nicht wissen können, was da los ist und auch tatsächlich vielleicht nie in ihrem Leben irgendeine Infektionstheorie jemals lernen werden. Also das scheint tief in uns drin zu liegen. Und das kann man jetzt auch beobachten bei so einer Art moralischen Verunreinigung, würde ich das nennen. Es gab jetzt in der letzten Zeit ein paar Fälle eher aus dem, sagen wir mal, progressiven Lager, wo zum Beispiel ein Kind nicht in die Waldorfschule durfte, weil der Vater in der AfD ist. Das Kind selber kann nichts dafür, was der Vater macht, aber offenbar war die reine Nähe, der Kontakt zu den Eltern, Grund genug, sie nicht in diese Schule zu nehmen. Der Geschäftsführer einer Filmförderung wurde gefeuert, weil er ein Mittagessen, so ein Ballen Mittagessen war mit einem AfD-Politiker. Also der bloße Kontakt am Tisch hat dazu geführt, dass man ihn gefeuert hat. Der Fischer Verlag hat sich von Monika Maron getrennt. Sie hat ein Essay geschrieben, der ist in einem Verlag erschienen. Und für den Verlag hat der Antaios Verlag wiederum, ein neurechter Verlag, den Vertrieb gemacht. Also es ist eine sehr lange Kette, bis man zum vermeintlich Bösen kommt. Und das hat aber für den Fischer Verlag gereicht, um sich von Monika Maron zu trennen. Und da scheint dieselbe Idee dahinter zu stehen. Nicht eine kulturelle Infektion, so wie sich das die Rechten vorstellen. Wenn die Fremden auf unser Gebiet kommen, dann werden wir kulturell infiziert. Das ist so ein bisschen die Idee einer moralischen Infektion. Die bloße Nähe, die physische Nähe zu einer Person, die man als moralisch falsch oder moralisch fragwürdig gebrannt magt hat, reicht aus. Man möchte nicht im selben Vorlesungssaal sein, auf derselben Lesebühne, im selben Verlagsprogramm. Ich halte das selber für, ich verstehe den Impetus, der dahinter steht, aber halte das für problematisch, weil es immer höhere Reinheitsstandards jetzt plötzlich gibt und man immer höhere Taktiken der sozialen Ausgrenzung verwendet, um sich als besonders rein auch darzustellen. Und man trifft oft bei solchen Aktionen der moralischen Reinheit eher die Abweichler im eigenen Lager, die nur wenig andere Auffassungen haben. Man trifft eigentlich nicht die Feinde der offenen Gesellschaft, die man damit treffen möchte oder sollte. Moral und Ekel haben eine enge Verbindung. Ekel spielt in vielen Aspekten eine Rolle, vor allen Dingen im rechten Denken spielt Ekel eine Rolle, auch wenn das die Menschen oft selber nicht so ausdrücken würden und so beschreiben würden, kann man das nachweisen. Man kann allgemein sagen, Emotionen haben eine wichtige evolutionäre Funktion. Sie helfen uns auch, zum Beispiel im zwischenmenschlichen Zusammenleben, auch bei unseren moralischen Urteilen. Aber, das muss man sich immer wieder klar machen, sie schießen oft über das Ziel hinaus und wir können uns nicht blind darauf verlassen. Und gerade bei Ekel ist es so, dass Ekel oft einer universellen Moral widerspricht. Das kann man schon daran sehen, dass Ekel im Gegensatz zur Empörung sich eher auf die Personen betrifft. Wenn wir uns empören, empören wir uns manchmal über die Person, aber typischerweise eher über die Handlung. Wenn ich sage, ich bin wütend, was du getan hast, dann verurteile ich die Tat, aber noch nicht die ganze Person. Während Ekel eher die Neigung in uns hervorruft, die sagt, wenn jemand eklig ist, dann ist er als ganze Person eklig, als ganze Person moralisch falsch. Und wir verurteilen die Person statt nur die Tat, für die die Person sich dann vielleicht entschuldigen kann. Und Ekel ist als Mechanismus auch sehr verlockend. Das verlockt uns überall, die Welt in Freund und Feind zu unterteilen. Es gibt eine Geschichte, die vor ein paar Tagen im World Street Journal erschienen ist. Da war eine kleine Untersuchung anhand von, da ging es um Jugendliche, die alle jetzt plötzlich ein Apple iPhone haben und sich dann miteinander Nachrichten schreiben. Und dann gibt es aber auch welche, die haben Android. Und man sieht dann Android sofort, die haben so eine grüne Brechblase. Und in manchen Kreisen haben so viele Leute ein blaues iPhone, dass man dann schon ein Außenseiter ist, wenn man nur die grüne Blase hat, also das etwas preiswertere Smartphone. Und einige dieser Kinder haben das sogar so beschrieben, dass sie das eklig finden, gross im Englischen, wenn sie plötzlich so eine grüne Sprechblase da sehen. Also man sieht, dieser Ausschlussmechanismus, der Ekel hat, diese Ausgrenzung, der steckt in uns drin und kann sehr schnell aktiviert werden, selbst durch so etwas ganz Abstraktes wie Kommunikation über iPhones. Jetzt kann man sich vielleicht noch abschließend fragen, sind wir unseren Emotionen jetzt hilflos ausgeliefert? Das klingt manchmal so, wenn man solche Texte liest von Moralpsychologen. Das ist sicherlich nicht der Fall. Wir können darüber nachdenken, das erforschen und wir müssen auch diesen Neigungen, die wir haben, natürlich nicht nachgeben. Wir können sie unterdrücken und können sie korrigieren. Und da gibt es einen ganz tollen Versuch von zwei Philosophen, die gezeigt haben, dass ein Philosophie-Seminar, auch schön zu hören, wenn man selber Philosoph ist, ein Philosophie-Seminar reicht aus, damit Leute ihre Meinung ändern. Die haben ein Seminar gemacht über Tierethik, darf man Tiere essen und haben diesen genialen Versuch so gemacht, dass sie geschaut haben, was bestellen die Leute in der Mensa am Anfang des Semesters über ihre Mensa-Karten für ein Essen und nachdem ein halbes Jahr später das Seminar vorbei ist. Und siehe da, Leute essen deutlich weniger Fleisch, wenn sie ein Seminar zur Tierethik gemacht haben. Also man kann über seine Neigung nachdenken, man kann auch Leuten die Angst oder den Ekel vor der Impfung nehmen. Auch da gibt es tolle Versuche, die zeigen, wenn man einmal verstanden hat, wie das Impfen funktioniert, hat man viel weniger Angst und denkt viel weniger in diesen Reinheitskategorien. Und natürlich leben wir ohnehin jetzt in einer Kultur der Offenheit. Wir werden erzogen zur Offenheit, wir erziehen unsere Kinder zur Offenheit. Es gibt auch eine gelebte Offenheit, eine gelebte Vielfalt. Offenheit ist ein Persönlichkeitsmerkmal, aber ich glaube auch eine Tugend, nämlich die Tugend, die sagt, lass uns was Neues auspublikieren, im Fremden nicht die Gefahr sehen, sondern vielleicht eher etwas, was uns bereichern kann. Und insofern ist Offenheit eigentlich ein Gegenbegriff zur Ekel. Ekel ist eher der Mechanismus, der uns verschließt vor dem, was fremd ist, der dazu führt, dass wir die Grenzen dicht machen, unseren Einzugsbereich klein halten, die Freundesgruppen klein halten und nicht so viel mit dem Fremden oder den fremden Menschen, dem Neuen zu tun haben wollen. Deshalb ist Offenheit sozusagen ein bisschen das Gegenmodell. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Deshalb würde ich sagen, das Prinzip für die Zukunft lautet weniger Ekel, aber mehr Offenheit wagen. Vielen Dank. Ja, und jetzt sehe ich hier, ich habe Fragen bekommen im Chat und würde die jetzt einfach vorlesen und versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Erste Frage, ich fände es spannend zu wissen, wie man das mit anderen thematisieren kann. Wie fängt man so etwas an? Also solche Themen, so Reinheits- und Ekelthemen nehme ich jetzt mal an, das sind damit gemeint. Also ich würde vorschlagen, tatsächlich mal mit solchen Gedankenexperimenten anzufangen. Da gibt es eine ganze Liste von Fragen, über die man echt super ins Gespräch kommt. Also zum Beispiel genau diese Frage, würdest du dir die Spende von dem pädophilen Straf, diese Blutspende, würdest du dir geben lassen, ja oder nein? Und wenn dann Leute sagen, nein, würde ich nicht, dann kann man ruhig mal fragen, warum eigentlich nicht? Oder sich selber mal fragen, warum will man das eigentlich nicht? Außer, dass man so ein mulmiges Gefühl hat und das Bauchgefühl einem sagt, mach das mal lieber nicht. Es gibt noch andere, das sind immer so drastische Fragen, sage ich gleich. Also die lassen da kein Auge trocken, die Psychologen, wenn sie sowas fragen. Sie sagen zum Beispiel, fragen auch die Frage, dürfen unfruchtbare, erwachsene Geschwister einvernehmlichen Sex haben? Auch eine krasse Frage. Wir haben eine ganz starke Neigung zu sagen, oh, wenn Geschwister Sex haben, das ist tabu, aber was ist, wenn die unfruchtbar und erwachsen sind und das ist einvernehmlich und keiner bekommt es mit? Dann gibt es eigentlich keine Gefahr, keine negativen Folgen mehr davon, aber trotzdem haben wir so die Neigung, dass wir sagen, mir ist das nicht ganz geheuer, ich habe da so ein mulmiges Gefühl, aber auch da könnte man sich fragen, welches moralische Prinzip wird eigentlich verletzt? Welcher Schaden entsteht eigentlich, wenn wir so etwas machen? Also Tabu-Verletzungen, die aber keinen Schaden verursachen. Warum beschäftigen die uns so? Das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, darüber zu sprechen. Die zweite Frage lautet, inwiefern ist moralischer Ekel eine Konsequenz von einem Gefühl von Angst und einem Bedürfnis nach Sicherheit? Ja, das ist eine sehr gute und auch sehr wichtige Frage. Ekel und Angst sind sehr nah verwandte Emotionen. Sie haben eigene Schaltkreise, sie teilen sich aber zum Beispiel auch im Hirn einige Schaltkreise, also zum Beispiel lösen Spinnen nicht nur Angst, sondern auch Ekel aus. Ekel wird auch über die Amygdala verarbeitet, das ist ein Teil des Angstschaltkreises und beide Emotionen sind erstmal Schutzemotionen. Angst schützt uns allgemein vor Gefahren. Wir haben Angst vor, wie gesagt, Spinnen und Schlangen, dunklen Räumen, Abhängen, Leute, die aggressiv auf uns zukommen und Ekel schützt uns vor Infektionen und natürlich immer, wenn wir Angst um etwas haben, dann heißt es, dass das, worüber wir Angst haben, dass es etwas ist, was wir wertschätzen. Also Ekel und Angst sind Mechanismen, die schützen uns, aber die schützen natürlich etwas, was uns wichtig ist. Die schützen vielleicht unsere Kinder oder uns selbst vor Krankheit, vor Gefahren, vielleicht sogar vor dem Tod. Insofern gehören die eng zusammen und Menschen, die ein starkes Bedürfnis haben nach Sicherheit, die ihre Umwelt als sehr gefährlich und bedrohlich wahrnehmen, sind auch ohnehin etwas konservativer. Also auch Angst ist ein Indikator, der zeigt, dass Menschen eher konservativ-traditionalistisch sind. Wenn man Angst hat, dann will man zum Beispiel mehr Polizei. Man ist eher dafür, Regelbrecher stärker zu bestrafen. Man ist dafür, dass der öffentliche Raum überwacht wird. Aber man ist noch nicht fremdenfeindlich. Und der Ekel ist eigentlich der Mechanismus, der dann zu dieser Angst noch diese Fremdenfeindlichkeit bringt, zu sagen, da sind nicht nur fremde Menschen, vor denen ich vielleicht Angst habe, vielleicht sogar berechtigt, weil die irgendwie aggressiv gucken, sondern dann geht man noch einen Schritt weiter und sagt, das sind Menschen, die dürfen gar nicht Teil der Gemeinschaft. sein. Insofern ist das eigentlich eng verbunden mit diesem Bedürfnis nach Sicherheit. Angst heißt, ich sehe da draußen Gefahren. Und man kann auch zeigen, in Ländern, in denen die, in denen Bürgerkrieg herrscht, in denen hohe Infektionsgefahren bestehen, Nahrungsknappheit, in denen die Umwelt als gefährlich wahrgenommen wird, selbst wenn es nicht stimmt, aber es reicht, dass es so wahrgenommen wird, in diesen Ländern sind die Menschen auch konservativer und traditionalistischer. Also sie sind viel strenger, kollektivistischer, lassen weniger Individualismus zu, weniger Regelbrecher, weniger Autonomie. Das kann man auch weltweit zeigen. Frage 3. Fällt Genitalverstümmelung auch in die moralische Reinheit? Das ist eine spannende Frage. Ich bin dafür kein Experte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da auch Vorstellungen von Reinheit eine Rolle spielen. Da müsste ich mir aber die Forschung dazu anschauen. Aber sehr viele von diesen Praktiken, die wir kennen, sind entweder Initiationsrieten, dass man sagt, jetzt gehörst du zu dem Kreis der Erwachsenen, oder es sind ehemals Reinheitsvorstellungen, die da eine Rolle gespielt haben. Männliche Beschneidung vielleicht, dass das einen wiederum in vorzivilisatorischen Urzeiten geschützt hat vor Infektionen. Aber natürlich sind sie heute moralisch zu verurteilen, weil es Eingriffe in die körperliche Autonomie und Integrität sind und weil sie einen Schaden anrichten. Aber es könnte gut sein, dass das da auch eine Rolle spielt. Das ist eine spannende Frage, müsste ich mir mal anschauen. Frage 4. Inwiefern wird moralischer Ekel im frühkindlichen Alter durch das Verhalten der Eltern geprägt? Ja, das ist untersucht. Ich bin da jetzt auch kein Experte sozusagen für frühkindliche Prägung, aber ich habe ein bisschen was dazu gelesen. und man kann sagen, dass unsere Neigungen, die wir haben, sind zu einem gewissen Grade angeboren. Also es gibt Menschen, die kommen etwas offener und neugieriger auf die Welt und Menschen, die sind von klein auf etwas vorsichtiger und sind nicht so interessiert an dem Neuen und sehen das eher als Herausforderung an. Aber die Prägung durch die Eltern und vor allem auch durch die Peergroup spielt da doch noch eine große Rolle. Und das kann man auch zeigen, dass es diese Erziehung zur Offenheit gibt. Also in allen Ländern, wo von klein auf den Menschen klar ist, die Gesundheitsversorgung ist gut, und die Welt da draußen ist nicht so gefährlich und auch vor allen Dingen nicht infektiös. Die sind auch insgesamt offener und ekeln sich weniger. Das ist schon faszinierend. Es gibt sogar Forscher, die sagen, die Revolution, die Hippie-Revolution und die 68er-Revolution, ein wichtiger Faktor damals war nicht nur, dass irgendwelche theoretischen Schriften geteilt wurden, sondern dass es zum ersten Mal in der westlichen Welt flächendeckend Antibiotika, Penicillin und so weiter gab und die Menschen einfach viel offener leben konnten. Sie konnten eine offenere Sexualität haben, sie hatten eine bessere Gesundheitsversorgung, sie hatten eine sichere Umwelt, sie konnten sich mehr mit sich selbst und ihrem Leben beschäftigen. Also das scheinen schon wichtige Faktoren zu sein, die man heute auch in vielen Ländern beobachten kann. Sobald es in den Ländern sicherer wird, werden die Menschen offener, was den Umgang betrifft und auch individualistischer, weniger kollektivistisch. Frage 5 noch, wie kann man mit Kindern, achso, Verzeihung, wie geht man mit Kindern um, wenn so etwas wie mit dem Android-iPhone-Beispiel aufkommt, wie erziehe ich mit weniger Ekel? Ja, das ist eine ganz tolle und wichtige Frage. Das wüsste ich auch gerne, aber ich glaube, es ist erstmal wichtig, das auf jeden Fall zu thematisieren, weil Kinder schon in sehr frühen Lebensjahren auf diese Gruppenmerkmale anspringen. Es gibt einen interessanten, aber ich finde auch erschütternden Versuch, der gemacht wurde vor ein paar Jahren, glaube ich, so vor 10, 15 Jahren. Bickler heißt eine der Forscherinnen, der zweite Name ist mir gerade entfallen. und die haben in einem Ferienlager Schülern blaue und gelbe T-Shirts angezogen, aber nicht zu diesen blauen und gelben T-Shirts gesagt, aber alle blauen und alle gelben haben immer die ganzen Sportspiele und Verstecken und was die so gespielt haben, haben die immer zusammen gemacht. Also blau war immer untereinander und gelb war immer untereinander. Aber sonst haben die sich einfach normal ausgetauscht, die Kinder, und es wurde auch nie kommentiert, warum manche blaue und manche gelbe T-Shirts anhaben. Und dann hat sich nach zwei Wochen schon herausgestellt, dass die blauen negative Vorurteile gegen die gelben hatten und die gelben gegenüber den blauen. Also man hat innerhalb von zwei Wochen geschafft, dass Menschen, Kinder, Vorurteile gegenüber einer Farbe haben, die vollkommen arbiträr zufällig gewählt wurde. Und wenn man den Versuch wiederholt, man zieht ihnen wieder blaue und gelbe T-Shirts an, aber die Spiele werden bunt gemischt gemacht. Also es gibt gemischte Teams, die das eine oder das andere Spiel spielen, dann gibt es keine Vorurteile. Also wir sind offenbar sehr stark darauf eingerichtet, sofort auf so Stammesdenken anzuspringen. Und das ist tief in uns verwurzelt. Deshalb muss man sich dafür sehr, sehr früh sensibilisieren. Und sofort, wenn sowas anfängt mit, wir haben die blauen Sprechblasen, ihr habt nur die Grünen, dieses hierarchische Denken und dieses Gruppe, wer gehört zu meiner Gruppe und wer gehört nicht dazu, aus vollkommen zufälligen Merkmalen, dem entgegenzuwirken. Also sensibilisieren. Aber jetzt sozusagen, wie man das perfekt macht in der Erziehung, wüsste ich auch gerne. So, jetzt wurde gesagt, Jonas kommt wieder rein. Da bin ich. Hi. Vielen, vielen Dank, Professor Philipp Hübel, dafür schon mal. Man sieht ja im Chat, es hat ganz viel ausgelöst, also viele Denkprozesse, glaube ich, bei unseren Zuschauern ausgelöst, die wir jetzt versuchen, mit rüberzunehmen in die nächsten vier Wochen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man sich damit beschäftigt, zum Beispiel im Seminar über Tierethik oder auch selber jetzt hier in diesem Vortrag, dann kann das allein auch schon was verändern in einem selbst. Ja, kann man ganz genau so sagen. Wunderbar. Wer noch mehr darüber erfahren möchte, dem gebe ich jetzt nur noch schnell mit auf den Weg das Buch Die aufgeregte Gesellschaft, weil da geht es auch insgesamt um Emotionen. Also wer da noch mehr nachlösen will, hier. Und wir sagen vielen Dank Professor Philipp Hübel auf der Art Social 22.